Bevor es mit der Folge losgeht, kurz ein Reminder, wir zocken auch regelmäßig Karriere auf Twitch, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, checkt das Ganze doch gerne mal aus. Und damit alle und willkommen zur nächsten Folge der Bayern-Karriere. Wir treffen direkt zu Beginn auf den BVB und wer die letzte Folge gesehen hat, weiß ganz genau, das Spiel ist ziemlich wichtig für uns. Die Konkurrenz klebt uns am Nacken und Dortmund ist eine Mannschaft davon, ne? Die sind nur noch vier Punkte weg und das müssen wir jetzt natürlich verhindern, dass sie uns irgendwie näher kommen. Erster Eckball für die Dortmunder, 1 zu 0, Sebastian Allaire. Gerade einmal fünf Minuten hat es gebraucht und die Bayern-Verteidigung schläft wieder. Ey, ich bin vor zehn Minuten aufgestanden, Mann, muss das denn so anfangen? Es ist eine ganz einfache hohe Flanke und Davy sieht gar nicht gut aus, springt viel zu früh hoch. Im Tor kann sie dann auch wenig verteidigen. Schau mal, muss sie alle bedienen, Rafinha, der hat hier einen klaren Tempovorteil gegenüber Benze bei Ihnen. Ja, aber an Kobel bleibt der ist weg. Joshua Kimmich bringt die Ecke rein, richtig gut getreten. Auch ein klasse Kopfball von Kimmenye, aber was für eine Parade von Kobel. Harry Kane, Davies. Jetzt nochmal abgelegt. Fick hier, der muss jetzt mal sitzen. Und es ist wieder die Chancenverwertung der Bayern, über die wir reden müssen. So einer muss rein. Oh, clever gemacht. Der Licht sieht nicht gut aus auf außen. Nochmal abgelegt, Schuss geblockt. Es geht weiter. Dortmund weiterhin im Angriff mit dem 2-0. Die machen halt was aus ihren Chancen. Die haben nicht ansatzweise so viele wie wir. Aber die haben halt einen Sebastian Alea, der weiß, wie er den Ball über die Linie bringt. Ganz einfach Schuss geblockt. Zweiter Ball, sabbel zur stellten Körper rein. Und dann sieht die Verteidigung einfach wieder nicht gut aus. Weiter auf Harry Kane. Harry Kane. Flanke kommt gut auf Thüram. Und wieder Gregor Kobel, der Abtauch. Joshua Kimmich. Flanke kommt wieder gut. Und wieder Kobel. Das gibt es doch gar nicht. Was hält der Mann denn alles? Alea wieder in der Mitte abgelegt. Julian Brand 3-0. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es ehrlich nicht verstehen. Bei denen geht jeder Ball rein. Rafinha geht mal vorbei an Nathan Ake. Rafinha zieht in die Mitte. Hat der nochmal die Chance? Ja, 3-1. Wenigstens einer, der weiß, wie es geht, Tore zu schießen. Wir müssen uns mit 3-1 gegen Borussia Dortmund im eigenen Stadion zufrieden geben. Das kann doch nicht sein. Die Spielinfo ist der Wahnsinn. 11 zu 8 Schüsse. Beide Mannschaften mit 2 x-Goals. Und wir kriegen es nicht hin, mal zwei Dinger zu verwandeln. Tabellarisch sah es auch schon mal besser aus. Wolfsburg schafft einen 3-2-Sieg gegen Leipzig. Und auch Hoffenheim kann punkten. Wo sind sie ja 1-2 gegen Gladbach gewonnen. Das ist auch unser nächster Gegner. Wir sind nicht mehr alleiniger Tabellenführer. Denn Wolfsburg hat jetzt die gleiche Punktzahl wie wir. Gegen Gladbach konnten wir dann in der Liga endlich mal mit 2 zu 1 wieder einen Sieg einfahren. Jetzt geht es aber im DFB-Pokal weiter. Viertelfinale gegen Drittligist Elversberg. Auswärtsspiel für uns. Ich habe wirklich komplett durchrotiert. Wir spielen mit der vollen B11 mal bis auf Kimmich vielleicht. Und jetzt muss da natürlich trotzdem ein klarer Sieg. Ja, ich tippe jetzt einfach mal 4-0 Minimum. Guck mal, Harry Kane geht hier gleich mal durch. Ist schneller als der Verteidiger. Da spricht schon mal Bender. Und hier wieder Thema Chancenverwertung. Almada. Ey, ich fass es nicht. Ich stehe zur Halbzeit wirklich 0-0. Und wir haben kaum eine Torchance. 1-0. Harry Kane. Keine Ahnung, wer so einen genialen Ball gespielt hat. Aber das war mal ein Angriff, wie man es von uns eigentlich erwartet. Harry Kane. Almada. Jetzt ist es ein guter Angriff. Rafinha über rechts mit Tempo. Nochmal Almada in der Mitte. Harry Kane. 2-0. Weil sie spielen es wirklich mal gut aus. Es bleibt beim 2-0. Wir kommen weiter. Stehen also im Halbfinale des DFB-Pokals. Elversberg hat sich eigentlich ganz gut geschlagen. Die Großchancen konnten sie allerdings nicht rausspielen. Und so reicht uns ein Harry Kane-Doppelpack zum Weiterkommen. Leverkusen schlägt Gladbach. Dortmund setzt sich gegen Köln durch. Und St. Pauli spielt weiter in ihrem Traum. Sie gewinnen 2-1 gegen Mainz. Stehen im Halbfinale, was echt respektabel ist. Aber gegen wen müssen wir jetzt ran? Wenn es gegen St. Pauli wäre, wäre er natürlich GG. Und wir müssen gegen St. Pauli. Wir fahren nach Hamburg. Traurige Nachricht ist allerdings, dass wir schon wieder Punkte liegen lassen. Gegen Stuttgart nur ein 2-2. Kane Doppelpack. Und das obwohl wir gerade mal wieder drei Punkte Vorsprung hatten. Weil nämlich Hoffenheim gejoggt hat. Aber ihr seht gerade schon. Leverkusen schlägt Dortmund und Wolfsburg verliert auch. Das sind gute Neuigkeiten dann doch für uns. Hoffenheim gewinnt zwar, aber in der Tabelle sind wir immer noch Erster und haben ein bisschen einen Vorsprung auf Wolfsburg, Dortmund und Co. Also vor dem Manchester City-Spiel sieht unsere Form echt nicht gut aus. Wir haben gegen Dortmund verloren, gegen Stuttgart Punkte liegen gelassen. Dann 3-1 gegen Freiburg verloren, gegen Hertha ging es jetzt nochmal besser. Aber jetzt halt Achtelfinale Champions League gegen City wird eine ganz andere Aufgabe. In der Bundesliga hat jetzt Hoffenheim tatsächlich auch die Möglichkeit an uns vorbeizuziehen, weil wir eben gegen Freiburg am vorletzten Spieltag verloren haben. Da sind wir auch schon. Manchester City empfängt uns zum Hinspiel des Achtelfinals in der Champions League. Erling Braut Haaland. Ich habe letztens ein Zitat gesehen aus einem Interview von einem ehemaligen Fußballer. Der hat gemeint, der Thron von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo ist frei. Und das scheint so, als wenn nur Jude Bellingham ein Auge darauf geworfen hat. Und Real Talk, ich glaube, Haaland hat da auch Bock drauf. Musiala, früher Ballgewinn. Das ist mal wichtig. Ohne Foul das Ganze. Musiala in die Mitte auf Thüram. Catherine Thüram nochmal gechippt für Nabil Fekir. 1-0 Bayern. Ganz schnelles Umschaltspiel in der 11. Minute. Musiala mit dem klasse Ballgewinn. Catherine Thüram, das ist auch ein guter Ball für einen Linksfuß wie Nabil Fekir. Auch wenn Ederson echt nicht gut aussieht im Tor. Oh, Davies von hinten rein. Scheiße, gibt es Rot, gibt es Gelb. Ich weiß nicht, dass Foul war auf jeden Fall brutal. Davies bekommt nur die gelbe Karte. Ey, da haben wir echt nochmal Schwein gehabt. Wieder frühe Ballerbung. Also Thüram macht ein Wahnsinnsspiel. Das ist echt klasse. Raffinja. Oh, aber der lässt die Chance wieder liegen. Jamal Musiala zieht den Ball zurück. Ball in die Mitte. Catherine Thüram macht ihn nicht. Und Kimmich schafft es auch nicht. Ui, 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 ui. Chancenverwertung wieder wie eine tote Taube. In Halbzeit 2 passiert nochmal viel. Es bleibt beim 1-0 ein Stand. Wir haben also einen gewissen Vorteil jetzt im Rückspiel. Aber es ist immer noch Manchester City. Und wir wissen ganz genau, da kann noch jede Menge passieren. Und bevor wir jetzt ins Rückspiel gegen City gehen. Hier nochmal die letzten drei Bundesligaspiele. Dort haben wir 2-1 gegen Augsburg gewonnen. 1-1 gegen Frankfurt. Gegen Heidenheim haben wir dann wieder gewonnen. Aber wir haben eben wieder Punkte liegen gelassen. Und das spiegelt sich dann halt irgendwann mal auf der Tabelle wieder. Wir sind jetzt nur noch Dritter. Dortmund ist echt an uns vorbeigezogen. Ich glaube das alles gar nicht. Die waren abgeschlankt. Die waren zwischenzeitlich nicht mal in den Top 6. Das Finale vom Champions League. 8. Finale nehmen wir uns dann aber in der nächsten Folge vor. Für heute würde ich sagen, das war es erstmal. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne wieder Like und Abo da lassen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen traumhaft schönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.